Und ein Neunzen zum Review nach dem Spiel, nach der Aussatzpleite in Sandhausen. Ja, ich glaube, so am einfachsten ist es, wenn ich einfach das Spiel quasi durchgehe. Ich habe ja hier meine Kategorien immer noch so halbwegs im Kopf, geht das Spiel durch. Und ja, man muss halt, also ich gehe später auf die Stimmung ein und so weiter, teile das mal ein bisschen auf. Und man muss halt einfach sagen, dass egal gegen welchen Gegner und egal in welcher Liga, du dir halt einfach nicht nach einer Minute oder ne, war sogar weniger, nach 30, 40, 50 Sekunden, darfst du dir, egal gegen welchen Gegner, darfst du dir da einfach nicht das 1-0 fangen. Das geht halt einfach nicht an, das kann halt einfach nicht passieren. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Das hatten wir schon in Osnabrück, dasselbe, 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 dasselbe Krankheit. Und ich sehe es einfach nicht, warum. Und dann konnten wir sowas wieder schön nach dem Spielende, als hier Stimmen zum Spiel sagen. Ja, nach einer Minute ändert sich das Spiel. Warum ändert sich das Spiel für den VfB Stuttgart, den vom Kader her besten Verein dieser gesamten zweiten fucking Liga? Warum ändert sich da ein Spiel, nur weil man ein Tor bei, sorry, Sandhausen spielt gerade gut, aber bei geschissenen Sandhausen ein Tor kassiert? Warum ändert sich da was für den VfB? Warum, dass du immer ein Tor kassierst, das VfB, ist klar. Also war die Ausgangslage immer gleich, dass du zwei Kisten machen musst. Oder zumindest mal einen machen musst. Warum ändert sich das, was wir in der ersten Minute, also noch 90 Minuten plus, wenn man die Nachspielzeiten immer reinrichtet, noch 90 Minuten plus Zeit, warum ändert sich da jetzt großartig was? Warum sollst du wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nach einer Minute in Sandhausen ein Tor kassieren und zusammenbrechen und nicht mehr kicken können? Oder gar nicht erst anfangen zu kicken? Das verstehe ich nicht. Der erste Halbzeit war allgemein, wir waren defensiv über das ganze Spiel hinaus nicht wirklich gut. Dann fällt, schon wieder nach dem Standard war es dann in der 24. Das 2 zu 0 für Sandhausen. Man fällt gerade auf, dass das auch chronologisch noch was dazwischen kam. Nämlich das erste Absetztor des Dreierpacks von Mario Gomez. Das erste Absetztor kam, was wir im Stadion nicht im Ansatz irgendwie als Absatz gesehen haben. Das hat er schön reingeschlagen, das Ding schön in die Ecke reingejagt. Und technisch schöne Bude gemacht. War halt dann auch wieder so wirklich nach dem Motto der linke Hoden war im Absatz. Das war wieder auf ganz, ganz peinlicher Basis. Wieder eine super eindeutige Fehlentscheidung. Aber aktuell ist es ja anscheinend tatsächlich dann in der Richtung, Abseits ist Abseits. Finde ich einfach schade. Es stimmt, es war Abseits. Das ist halt unfassbar. Da sieht kein Mensch mit dem Auge, man sieht nur diese scheiß kalibrierte Linie, dass der da wirklich mit gefühlt 4 cm am Abseits steht, mit dem Knie raus oder so. Dann hast du immer so Entscheidungen, wo dann die kalibrierte Linie angezeichnet ist und wo dann diese schönen kleinen, quasi wie so Zebrastreifen, wie diese Linien runtergehen bei den Leuten. Mal fängt es dann bei ihm irgendwo kurz vor der Hand an, mal hört es dann oben an der Schulter auf. Auch da ist der Punkt, wo es eingezeichnet wird, kommt es durcheinander. Mal hast du das Gefühl, der Arm zählt rein in den Abseits, mal heißt es wieder, der Arm zählt nicht, aber du darfst kein Tor erziehen, dann ist er da irgendwie nicht drin. Also ich bin mir selbstverständlich, dass du auch einen Frame und eine Sekunde erwisst, wo der Gomez da halt nicht mit 3 cm im Abseits steht. Das ist halt einfach Bullshit, diese Regelung. Sie ist richtig, weil sie halt eingeführt ist, deswegen ist die Umsetzung richtig gewesen. Aber die Regel an sich, hat der Gomez auch ja gesagt, die ist halt einfach schlicht und greifend scheiße und auch für einen Stürmer halt komplett, ja, würde mich genauso anpissen, tut es mich sehr auch. Wie gesagt, dann fällt es 2-0, wieder nicht aufgepasst nach der Ecke, nicht wach gewesen. Holst du dir das zweite Tor rein wie das erste Tor, das waren zwei so reingemurmelte Dinger da irgendwie mit Nachdruck und dann waren sie halt drin. Und dann in der ersten Halbzeit, ja, wir hatten über das ganze Spiel, wenn ich dir die Statistik angucke, hier 74% Ballbesitz, aufgerundet. Klar, wir hatten wieder mehr vom Ball, wir hatten eigentlich mehr vom Spiel und so, aber es war jetzt nichts irgendwie großartig Klares oder so. Der Keeper von St. Hausen hat 2-3 Dinger über das ganze Spiel hinaus echt auch gut pariert, hat einen guten Tag erwischt. Ja, dann gehen wir in die zweite Halbzeit und da, ja, waren wir wieder von Beginn an voll dran, waren voll mit dabei, beziehungsweise, nein, stopp, boah, zum Glück, wenn ich in Podcasten kann mich hier noch irgendwie retten. Stimmt, wir haben ja noch quasi mit dem Halbzeitpfiff, das sensationelle Feierrückziehertour von Gomez drin, was natürlich auch abseits war, das habe ich auch auf Band das Ding. Richtig geile Bude, richtig, richtige Ekstase kurz, dann natürlich wieder ein abseits abgepfiffen. Juhu, ich dachte zuerst, der Pfeif jetzt irgendwie gefährliches Spiel ab oder sowas wegen dem Feierrückzieher, aber das war dann tatsächlich halt auch wieder abseits, das ist ja unfassbar. Das ist halt wieder, ich mag das Wort selber nicht, das ist halt einfach dieses Matchglück, was du da hast oder nicht hast. Also gegen KSC hatten wir das Matchglück, wenn der KSC da, wie gesagt, den Pfostenschuss reinmacht, dann verlieren wir das Spiel, macht er nicht. Wenn diesmal jetzt der Gommissen 13 Meter weiter hinten steht, schießen wir zwei, drei Tore, wenn man es jetzt so ganz banal sagen kann. War jetzt halt so nicht. Und dann hat es dann Tausend auch gut ein paar Situationen, wo sie hier in Richtung 3-0 gehen können, definitiv. Wenn die hier den einen oder anderen Konter besser ausspielen, dann machen die es 3-0. Aber das war halt auch das Problem daran, wenn man halt einfach so spielt und so aufgetreten ist, wie wir aufgetreten sind. Und da war mehr Reklamier-Power drin, zu irgendwelchen Chiris zu rennen, als irgendwie Power im Spiel war. Heute unterirdisch war ein Castro beispielsweise. Unterirdisch war, habe ich mir aber hauptsächlich sagen lassen, weil ich auf die nicht so geachtet habe, war ein Stänzling. Und Zeit hat vorhin nichts gebracht, also sich halt wieder ein bisschen abzurackern. Aber effektiv hat das alles nichts gebracht. Gomez war gut. Der hat ja auch drei Kisten gemacht so an sich. Der hat mir tatsächlich mal gefallen, dass ich mal hervorhebe, auch wenn ich das ja oft nicht gemacht habe. Aber es ist halt einfach, das war mir einfach zu langsam, zu hin- und hergeschiebe. Aber das ist halt einfach der Wald, der Fußball. Und ich bin mir langsam auch selber nicht mehr sicher, ob wir damit irgendwie groß weiterkommen. Ich denke, aufsteigen werden wir damit immer noch. Aber dann wird das wieder so ein Fall, wo du nach vier, fünf Spielen oder vier, fünf Pleiten am Stück in der ersten Liga merkst du, okay, fuck, das klappt nicht. Und dann schmeißt du halt da einen Trainer raus. Ich bin mir da, was die Personalie angeht, so unstössig und diese Arroganz jedes Mal aufs Neue. Ich wollte es zuerst akzeptieren. So, ja, Walter ist ja hier einfach sein Typ und sowas. So ist er halt. Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man die Spiele gewinnt. Und so kann er das ja auch bringen. Aber mittlerweile färbt das ja selbst auf den Kämpfer. Ab der letzten Interviews vom KSC-Spiel war es. Ich sage, ja, wir haben noch 15 Punkte, was, glaube ich, die Maxima-Ausbeute ist dann vor der Winterpause, was jetzt auch schon wieder tot ist. Die ist auch ganz einfach übergegangen, wie alle glauben, ja, wir können es nur selber schlagen. Ja, aber ihr Vollidioten, ihr macht es halt auch gerade. Ihr macht es halt auch gerade eindrücklich. Da muss halt auch was folgen. Die Gäier muss da halt auch irgendwie aufs Feld bringen. Muss übrigens zeigen, dass da auch was hinter steckt. Ja, in der zweiten Hälfte war eigentlich Einbahnstraßenfußball in Richtung St. Tausen, aber nie mit wirklich großem Nachdruck und irgendwas, irgendwas passiert ist. Für die dritte Bude von Gomez, wo ich wirklich auch mit die meiste Hoffnung hatte, dass es mal kein Abseits war, aber er hat die Fahne so extrem schnell hochgehoben. Und ich war mir relativ sicher, nee, der war zwar davor da, aber er ist wieder zurücklaufen. Ich dachte, der wäre nicht mehr Abseits, aber das war dann scheinbar doch die quasi eindeutigste der drei Abseitslagen von Gomez. Also, ja, einfach vergebene Hoffnung in der Situation gewesen. Und dann bringt er ein paar Wechsel, Al-Gadoui und Sousa kam wieder rein nach seiner Gehünderschnitterung, meine ich, war es. Er hat auch nach vorne Offensivakzente gesetzt, war da auch besser auf links aufgehoben als ein Castro oder sowas, oder ein Stenzel auf rechts dann als Vergleich. Und, ja, der hat halt ganz viele Flanken gebracht, war Offensiv, weil einfach ein bisschen Tempo halt auch echt ordentlich unterwegs ist, aber die Flanken haben auch alle nicht wirklich viel gebracht, muss man halt auch sagen. Da wären, glaube ich, 15, 16 Ecken am Ende. Wenn er von halt quasi, ich glaube, zwei oder so, wo ich noch zu sprechen drauf komme, gefährlich reinsegen, ist es halt einfach zu wenig. Und wenn ich mich auch wieder höre, wenn wir schon beim Thema Ecken sind, von Gomez oder von wem auch immer nach dem Spiel höre, ja, wir wussten, Sandhausen wird über Konter kommen. Es ist bei den meisten Teams so, wo wir auswärts spielen und dann werden die über Ecken kommen und da irgendwelche Freistöße quasi provozieren und sowas. Ja, wenn ihr darauf eingestellt seid, warum kassiert ihr dann zwei Tore nach Ecken und warum verliert ihr jeden quasi entscheidenden Bodycheck oder Zweikampf oder sonst was? Der Schiri hat für mich ein bisschen arg kleinlich gepfiffen und war in den kleinlichen Situationen für mich ein Heimschiri. Das ist aber für mich, das kann kein Hauptgrund sein, dass du in Sandhausen verlierst. Der Schiri hat ein paar kleinliche, ein bisschen kleinliche Scheiße gepfiffen und hat da halt, ja, mir zu wenig gelbe Karten oder zu ungleichmäßig gelbe Karten verteilt. Erst gegen Ende hat er für den Sandhausen noch ein paar gelbe Karten verteilt, aber das war mir alles ein bisschen zu sehr heimorientiert, was vor allem die kleinen Sticheleien und sowas angeht. Aber wie gesagt, es ist kein grundlegender Grund, warum man in Sandhausen verliert. Und da musst du halt einfach sowas auch verteidigen. Wenn du weißt, wir stellen uns darauf ein und bla bla bla, da musst du sowas halt auch verteidigen können. Weil Sandhausen ist jetzt auch nicht die Welt, die spielen gerade echt eine gute Saison, also Respekt geht raus. Aber das ist halt, ja, wenn man die Leute anguckt, da kennst du die Hälfte halt nicht. Das sollst du auch verteidigt bekommen eigentlich mit unserer Qualität hinten drin. Und da kann mir keiner erzählen, dass jetzt das Ausschlaggebende war, dass wir einen Kämpf nicht hatten in der Verteidigung. Also bitte, also nee, tut mir leid, es stehen trotzdem noch gut genug die Jungs da hinten drin. Dann macht er, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das chronologisch richtig war. Auf jeden Fall macht man mal genug an die Kiste, 89. Elfmeter, es ist halt auch wieder so ein Elfmeter. Wenn der gegen uns gepfiffelt, würde ich wieder ausziehen, was das für eine Scheiße soll. Aber da nimmt man halt mit, weil diese Regel ist halt so ein Bullshit. der schießt, der schießt dem aus, keine Ahnung, aus dem Meter zwei, schießt er dem den Arm aus dem Klenk und es ist halt ein Elfmeter. Das ist halt so ein Bullshit. Das soll denn der machen, der Spieler. Macht den schön rein in den Elfmeter und dann nochmal Vollgas, nochmal Hoffnung gehabt, komm, wenigstens 2-2, wäre auch verdient gewesen. Torschüsse hatten wir, glaube ich, 6 zu 5 oder so. Da gab es keinen großen Unterschied, da hat er tausend, ich glaube doppelt und dreifach so viele Schüsse, aber halt nicht aufs Tor, also auch nichts Aussagekräftiges. Ich habe nochmal Hoffnung gehabt und wenn es 2-2 gefallen wäre, wäre natürlich nochmal gut abgegangen im Block und wäre auch hoch verdient gewesen. Ein Sieg wäre es, ja, vermutlich, ja, ein Sieg wäre jetzt nicht verdient gewesen für uns, aber ein Unentschieden auf jeden Fall mal wenigstens. Nochmal Hoffnung geschürft und dann kam, ich weiß nicht, ob diese Ecke davor oder danach kam, nach dem 1-2 oder 2-2-1, an der Philips aus irgendwelchen Gründen vorbeirauscht, die perfekt reinkommt, schöne Höhe, Philips ist auf der Höhe oder titscht ihm über die Stirn, anstatt einfach reinwuchtet. Das war schade und dann die absolut perfekte, bildliche Situation dann noch Club 93, 94, da war das dann nochmal eine schöne Ecke oder Flanke rein. Ball kommt richtig schön, war bestimmt, ja, war jetzt nicht perfekt zu nehmen, aber auch nicht wirklich schwer aus der Entfernung, aus 3 Metern oder sowas. Al-Ghadoui kriegt, Ball kommt in Richtung Al-Ghadoui und anstatt dass er den einfach aus 3 Metern volle Leute geradeaus oder sonst wo aus der Position ist ja kraftwichtiger als Präzision, volle Kanne in Richtung Torjagd, trifft er den Ball nicht richtig oder war es gewollt, legt ihn irgendwie nochmal dumm nach hinten, womit auch ein Gommes nicht rechnet und die Sehne ist vorbei. 4,90, die Flanke kommt, super, das Einige was er machen muss ist seinen Fuß da quasi gescheit hinhalten, ein bisschen Wucht hinterher setzen und dann Jackle das Ding so ein 2-2 rein, der war aus 3 Metern, wäre das kein großes Thema gewesen, aber es war sinnbildlich dafür, absolut sinnbildlich. Und dann verlierst du das Spiel halt, danach gab es auch schon vereinzelte, weiter rausrufe, aber noch viel schöner fand ich diese Endgesänge mit aufwachen, aufwachen, weil das war, das war die beste Beschreibung von dem Spiel, die waren einfach nicht wach, die haben einfach den Kampf nicht angenommen, die waren nur halb anwesend, wie Sandhausen war und das war einfach am Ende das Problem, dass da auch irgendwie keiner merkt, um was es hier geht. Ich glaube, jeder ist immer noch in dem Glauben als Spieler, ja gut, guck unseren Kader an, irgendwie werden wir schon aufsteigen, aber wenn man jetzt mal die Rabelle anschaut, also das ist halt schon echt böse. Wir hätten gerade so gut Punkte machen können, jetzt ist Bielefeld 6, Punkte weg auf Platz 1. Wenn man das Torverhältnis nimmt, sind das 7 Punkte auf Platz 1. Dann hast du Hamburg, mit dem du punktgleich gekommen wärst, hast du jetzt auch auf 3 Punkte oder besser gesagt 4 Punkte mit dem Torverhältnis weg auf Platz 2 und auch Heidenheim kommt jetzt da unten noch ran und Aue, die hätten wir jetzt auch auf 6 Punkte weghalten können, weil da ist Torverhältnis relativ ähnlich, die hätten wir auf 6 Punkte weghalten können, sagen wir so, nur auf 3 Punkte weg. Das ist halt echt absolut nicht geil und auf Platz 3 wird am Ende der Saison auch bitte keiner irgendwie sein wollen. Ich habe keinen Bock nochmal auf Relegation, weil wir kennen uns und weil wir uns unseren VfB auch kennen, ist mir halt wirklich bange vor diesen nächsten Spielen, weil du hast jetzt nächste Woche Montag hast du jetzt Stuttgart-Nürnberg. Nürnberg spielt gerade auch anscheinend richtigen Scheiß zusammen, da sie gegen meines Wissens nach hochverdient zu Hause gegen WN Wiesbaden 2-0 verloren haben und das auch davor nicht im Derby in Fürth nicht gewonnen haben und dann Trainer gewechselt haben davor in den Keller von dem ich ja an sich was halte, aber der scheinbar bisher noch nicht viel Einfluss nehmen konnte. Da sind wir eigentlich halt echt wieder Aufbau-Gegner Nummer 1. Dasselbe folgt die Woche drauf, dann wieder Montagabendspiel in Darmstadt, was sowieso schon ekelhaft zu spielen ist und dann hast du noch vor der Winterpause den Rückrundenauftakt in Hannover, auch wieder so ein Club, wo du wieder Aufbau-Gegner Nummer 1 werden kannst. Also das wäre nichts heraufbeschwören, aber das macht mir absolut Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem, es wäre wieder so ein Spieltag. Hamburg und Bielefeld spielen beide am Freien, haben beide keine einfachen Spiele. Hamburg zu Hause gegen Heidenheim und Bielefeld zu Hause gegen Karlsruhe sind beides keine einfachen Spiele. Gegeben den Fall, dass sie jetzt da wieder Punkte lassen, dann kann es halt wieder davon ausgehen, dass wir am Montag gegen Nürnberg keine Punkte holen oder zumindest manche einen Sieg holen, weil das war auch oft das Typische. Wir hatten die perfekte Vorlage für dieses Dreckspiel in Sandhausen und wir haben schon alle davor gewitzelt, ja geil, perfekte Vorlage, das heißt, wir nutzen sie nicht, weil es ist auch der VfB durch und durch. Wir haben die perfekte Vorlage, aber wir nutzen sie einfach nicht. wir würden jetzt so ordentlich dastehen quasi, so schön dastehen auf Platz 2, aber ist halt nicht auf Platz 2, aber zumindest punktgleich quasi auf Platz 2, aber ist halt nicht mit dem Club, ist einfach nicht. Genau, gehe noch ein bisschen auf die Stadion oder halt auf die Ausfahrtsfahrt, war ja dabei, live vor Ort, gehe ich da noch ein bisschen drauf ein, war auch ein interessantes Ding, also die Hinfahrt war, also bin mit einem Kumpel gefahren, die Hinfahrt war extrem entspannt, also da war wirklich, kam es ja locker in den anderthalb Stunden oder sowas in etwa durch, Stunde 30, Stunde 40, echt chillig, und dann läufst du da auch wieder, nee, der Park war schon allein, das ist geil, das ist relativ weit weg, oder was heißt relativ weit weg, wir dachten ja, wir wären weit weg, weil wir nicht wussten, wo genau das Stadion steht, da fährst du, es war schon dann, als wir da hingefahren sind, war es einem schon absehbar, was auf der Rückfahrt passiert, weil es wurde schon reingeleitet und auf einer Autostraße quasi einen Weg lang und so einen Feldweg rüber zum Parkplatz, einspurig, du wirst genau, beim Rauskommen wird es lustig, wenn da alle Staus stehen, kommst da hin, Hartwaldstadion, wird sein Name gerecht, was halt mitten im Wald rumsteht, Trainingsplatz direkt daneben quasi, wenn da von Trainingsplatz einer den Ball Volley-Hochjagd ist schon im Stadion und andersrum genau dasselbe, einfach wirklich, einfach nur putzig, wenn man das vergleicht mit dem 60k-Koloss, einfach nur putzig, aber richtig geil, war auch relativ entspannt, kamen Schlockereien durch die Security und sowas durch, durch die Abtasterei und sowas, und auch der Block dort war relativ in Ordnung, von der Organisation standen, weil es nicht irgendwie anderen Leuten auf dem Bein oder sowas zu eng war, war aber in Regensburg vom Vergleichswert, da war ja auch 15.000 circa am Stadion, oder passten circa 15.000 rein, wirkte alles ein bisschen professioneller, war ein bisschen mehr an der Autobahn und sowas, hat ein bisschen mehr nach richtigem Fußballding gewirkt, aber Sandhausen ist ja auch wirklich, so an sich kein großer Klub, was die aus ihren Möglichkeiten machen, ist ja Wahnsinn, absolut respektabel, die sich jedes Jahr in der Liga halten, jetzt sind sie auch echt gut dabei, spielen auch in zwei Wochen zu Hause gegen HSV, also da können sie auch gerne Dardienpunkte abnehmen, einfach ein ekelhafter Gegner, das kann man nicht bestreiten, machen ihren Weg auch da echt gut, auch mit einem echt guten Trainer, und dann sind wir da rein. Wir hatten ja hier Sitzplätze in B3, da frage ich mich, vermutlich, ich habe den Grund warum, aber warum, wer hat den Leuten, die dieses Stadion konzipiert hat, wer hat denn ins Gehirn geschissen? Also das verstehe ich halt wirklich nicht, du hast diesen Auswärts-Fan-Blog, zwei Gründe warum, du hast diesen Auswärts-Quasi-Stehplatz-Aktive-Fanszene-Bereich da hinten quasi, und dann hast du direkt neben dieser Szene, links oder rechts daneben, hast du quasi den Stimmungs-Ultra-Sonstwas-Blog von Sandhausen. Warum? Das ist doch in keinem Stadion der Welt so, das ist doch sonst immer die Blöcke genau gegenüber. Aber da waren es einfach nebeneinander gelegt, dann merkst du mal, dass da halt sonst eigentlich kein großes irgendwie Potenzial aufkommt, dass da viel Auswärts-Fans kommen, weil wahrscheinlich so gefühlt mit 13 Zuschauern oder so, würde das alles kein Problem sein, genauso wie dieser Auswärts-Blog. Du hast B2 unten, das ist ein Stehblock, und dann hast du mit Zugang, der auch nach oben geht, in unseren B3, in unseren Sitzplatz-Blog rein. Wir kamen halt relativ, wir kamen relativ pünktlich an, haben wir noch was zu essen, trinken geholt, und dann wurde es halt quasi relativ pünktlich zum Anpfiff, kamen wir dann da rein ins Stadion. Da hast du ja quasi, stimmt genau, da haben wir nämlich auf dem Weg hoch die Treppen, du kamst gefühlt zu 5, 6 Treppenstufen hoch, dann war Endstation, da stand alles voll, ist ja auch klar, wer unten in den Stehplatz von den Ultras, oder, das ist doof, von dieser aktiven Fanszene, quasi die Stimmungsquelle aus, oder halt diesen B2-Stehplatz-Blog unter uns, wer da nicht mehr reingepasst hat, was er vorkommt, ist nach oben geflohen, das heißt, alle Plätze waren voll, auch wenn sie da nicht hinkommen, die Leute, und du standst halt einfach mitten irgendwo auf der Treppe, und hast blockiert und keine Chance mehr, du konntest die ganze Zeit Leute hoch und runter lassen, und so, jedes Mal kurz davor, irgendwelche Treppen runter zu fliegen, oder irgendwelchen Leuten in den Armen zu fallen, also organisatorisch völlig von Arsch, da musst du halt entweder das Stadion anders auslegen, quasi, oder irgendwie diese Stehblöcke wirklich richtig voneinander trennen, und so Sachen, oder die Steh- und Sitzblöcke voneinander trennen, oder du lässt halt weniger Auswärtskontingent zu, aber so war das halt echt eine Zumutung, stimmt mir genau, da sind wir nämlich die Treppen hochklatscht, und direkt am Eingang stand, ich meine, beziehungsweise, das war doch Klaus Vogt, einer der Präsidentschaftskandidaten, stand da mitten im Block drin, auch eine coole Aktion, schöne Fans mit drin und sowas, ja, dann sind wir halt da quasi hoch, standen da eine Zeit lang, beziehungsweise die ganze erste Hälfte, standen wir da, standen wir da dann rum, in der zweiten Hälfte, und dann versucht, an unsere Kartenplätze zu kommen, kam dann quasi so weit, dass wir bis zum Eingang der Reihe, in der wir die Karten hatten, bis dahin kamen wir, aber weiter auch nicht, das war auch schon absehbar, dass da alles voll drin steht, das war organisatorisch ziemlicher Bullshit, man hat immer noch alles gesehen, Stimmung war auch absolut Bombe, weil da waren ja 3.500, 4.000 Leute, hat der VfB, glaube ich, vermeldet 3.500, manche schreiben auch irgendwie von 7.000, 8.000, selbst das kann ich mir vorstellen, weil wenn man das ganze Stadion mal geschaut hat, du hast diesen Block von uns, wo die Stimmung herkommt, unsere Blöcke, dann hattest du die neutralen Blöcke rechts neben uns, die auch eigentlich alle vom VfB dominiert waren, plus diese quasi unter Türkammer Kurve in Sandhausen quasi, war auch alles in VfB Farben, und dann hattest du da hinten so ein bisschen diese Business-Ecke und so ein bisschen andere Ecke, und dann diese Fan-Ecke von Sandhausen, die war Sandhausen. Bei 13, ein bisschen mehr als 13.000 Fans in das Sandhaus-Stadion, könnte ich mir echt vorstellen, dass da halt auch wirklich, so 6.000, 7.000, 8.000 halt wirklich auch wahrscheinlich sind, dass da im Stadion waren. Also der helle Wahnsinn an Support, der absolut helle Wahnsinn an Support. Knaller. Also Stimmung war wieder richtig geil, von Beginn bis Ende eigentlich, trotz des Spielstands, war es eine Bombenstimmung, also wir haben auf jeden Fall unsere Leistung gezeigt. So wie immer, da habe ich auch immer noch einfach, ja, dieses, diese laue Gefühl, dass die halt einfach, ja, die Spieler oder egal wer, Funktionäre, das einfach nicht genug würdigen, was da kommt. Die nehmen das quasi mittlerweile einfach als normal hin, dass jetzt beispielsweise 9.000 Fans nach Hamburg fahren, dass jetzt hier gefühlt 5.000, 6.000, sage ich jetzt mal, Minimum in Sandhausen unterwegs waren, und überall voll ist, in der Arena kommen 55.000 noch, nach Abstiegen und sowas. Das Gefühl ist aber quasi nicht gewürdigt, auch nach dem Derby fand ich es schade, da hast du einen Derbysieg, hast die Mannschaft, ja, die Fans, die Mannschaft hat die Fans mitgenommen, immer wieder gewonnen und sowas, wichtiger Derbysieg, dann bleibst du da auch wieder richtig dumm, am 16er stehen, hüpfst ein bisschen hin und her und gehst wieder, das sehe ich einfach nichts, und ich habe auch vorhin jetzt bei Bremen dann gesehen, solche Sprüche hörst du auch nicht. Der Rashica war es, meine ich, nach Spielende, der hat das entscheidende 3-2-Kloss, hat auch gesagt, ja, war schön, endlich wieder mal gewonnen, ja, bei denen läuft es gerade auch nicht so gut, endlich mal gewonnen, auch für die Fans, schön, die auch hier wieder dabei waren, Lob an die, die haben uns richtig geil unterstützt, sowas hörst du einfach nicht, das war halt auch wieder eine Bombenstimmung, selbst die Sandhauser Fans haben, nach Spielende quasi gesungen, Auswärtssieg, weil das war halt einfach ein akustisches und auch zahlenmäßig gefühlt, ein Auswärtsspiel für Sandhausen, du hörst sowas aber nicht, es gab bestimmt ein paar Kommentare, so zu der Choreo oder so, aber die musste auch gewürdigt werden, die war ja anders gegen den KSC, die war richtig geil, aber so von der Grundstimmung, was da alles kommt, du hast von keinem Spieler nach irgendeinem Spiel, hörst du mal, ja, vielen Dank an die Fans, die kommen, oder auch in Hamburg oder sowas, gab es glaube ich keinen einzigen, der gesagt hat, ja, sorry an die Fans, die den Weitweg auf sich genommen haben, dass sie hier das 6-2 gesehen haben, oder sonst was, du hörst sowas einfach nicht, da ist keine Wirkung da, das ist einfach völlig, das ist für mich echt, nicht nachzuvollziehen, das finde ich auch wirklich richtig frech, da kommt so, jedes Mal in jedem Auswärtsspiel, ist der Blog voll, kommen alle mit, und noch viel mehr, ich habe schon Leute gehört, die einfach in quasi Heimblöcken und sowas, also gefühlt wirklich in Stimmungsheimblöcken, sich da quasi getan haben, und man muss das Spiel sehen, die Weiten, die unsere Fans gehen, werden einfach nicht gewürdigt, das wird einfach quasi gefühlt so als normal hingenommen, weil wir schon seit eh und je oder seit sehr langer Zeit eine absolut geile Fanszene haben, also, ja, das ist so noch so ein persönliches Ding, was mich richtig ankotzt, da gibt es nichts, da gibt es kein Lob, kein gar nichts, nur mal so ein Kommentar, weil irgendwann mal einer quasi so rausgewürgt wird vom Journalisten oder sowas, aber nichts von sich selber aus, was man quasi einem abnehmen kann, auch solche Interviews, jetzt habe ich vorhin den Firschen nochmal geschaut, im Sport im Dritten, auch solche Interviews, die ersten paar Antworten zumindest mal auf jeden Fall, die klangen halt wirklich gefühlt so, als hätte er, entweder ist es ein Roboter oder er hat da gerade irgendwie einen Text abgelesen oder so, das war ja, das kannst du ja nicht anhören, solche Interviews, das höre ich mir vom Gomez das Interview tausendmal lieber an, wie er den Videobeweis aufs tiefste abhätet, zu rechterweise, die Tore wurde auch zu rechterweise natürlich zurückgenommen, aber die Regel an sich ist halt der größte, größte Scheißtrick aller Zeiten, ähm, genau, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen aktiv auf Twitter zu gucken, was, ob ich noch irgendwas vergessen habe, weil da gibt es auch viele gute Meinungen und sowas, von auch so Sprüche, gleich nach dem Motto, Elfmeter, ähm, wenn Gomez Elfmeter reingemacht hätte, wäre es da auch wieder Videobeweis gewesen, oder nach dem Motto, weißt du, so wie man sich es auch, äh, ja, angefühlt, so wie es auch angefühlt hat auf dem Platz von den Spielern her, dass sie halt einfach nur zurück ins Warme wollten, nach dem Spiel, das Spiel so schnell wie möglich durchbringen wollen, zurück, äh, zurück ins Warme, und dann, ja, scheißegal, Ergebnis, hauptsache zurück, mir ist es kalt, so, so gefühlt, da war einfach nichts hinter, wo ich irgendwie sagen kann, dass der Leidenschaft hinter war und Wille hinter war, äh, das, nee, sehe ich einfach nicht, bin mir gespannt, ob das, wie es jetzt weitergeht, ne, Nürnberg, in Darmstadt, in Hannover, ist alles richtig, richtig ekelhaft, was da jetzt noch kommt an Gegnern, oder ob er dabei im Stadion, klar, der Mislint hat, genau das hatte ich noch so im Halb, halb noch im Hinterkopf, hat es endlich mal so ein bisschen auch gesagt, du wirst die Chance heute eigentlich nutzen, mit dem HSV gleichzuziehen, von Ergebnissen her sind wir der Zeit, keine Spitzenmannschaft, wir können nicht immer nur davon reden, dass wir viel Ball haben, wir müssen am Ende auch punkten, ja, genau das ist es jetzt halt, das ist eigentlich auch die, die, die perfekte, ähm, die perfekte Beschreibung, mal wieder, ne, das ist bei uns gerade jedes Mal dasselbe, du bist defensiv einfach zu unfähig, oder kannst davon ausgehen, dass du dumm genug bist, dir irgendwie selber eins reinzuschießen, zur Not halt noch, ne, mit irgendwelchen individualen Fehlern oder sowas, aber zu dumm bist, nicht wach bist, oder dir direkt am Anfang wieder eine Kiste fängst, und dann bist du im Sturm halt einfach zu unfähig, das zu kaschieren, und dann halt, wenn du weißt, du kriegst ein Tor, auch mal zwei zu machen, bist einfach zu unfähig, das hast du heute auch wieder gesehen, und es zieht sich auch die ganze Zeit durch, weil du redest von einer Verbesserung, und von, von Fortschritt und sowas, wenn die im Training spielen, die jungen Götter, ja, kann sein, ist mir dann aber auch, gänzlich scheißegal, weil auf dem Platz zieht man das halt gerade einfach nicht, zieht man einfach nicht geliefert, ich bin jetzt auch keiner, weil ich da rausrufen will oder sowas, weil mir das auf den Sack geht, wenn ich jetzt schon wieder den nächsten Trainer los werde, auch in der Liga 2, wo du mit dem Kader eigentlich locker dominieren musst, da hätte ich keinen Bock, jetzt auch noch wieder irgendwie dummen Trainer rauszuschmeißen, für die Kontinuität und sowas, jetzt hast du mal zwei Präsidentschaftskandidaten, zum Beispiel kann ich jetzt in dem Thema was sagen, die mir auch echt gut gefallen, wo du echt beide wählen kannst, da hätte ich keinen Bock, dass dann nochmal Unruhe reinkommt mit Trainern und sowas, und deswegen habe ich auch kurz nochmal hier vorhin gestockt gehabt, weil ich gerade nochmal kurz durch den VfB-Hashikabsch untergeschaut habe, kann ich nur empfehlen, wer irgendwelche Infos will, war nicht alles immer auf, hundertprozentig für wahrnehmen und sowas, aber hier habe ich was gelesen von so einem Transfermarkt-Insider, man kennt ihn, die gab es ja auch zu jeglichen Transfergerichten, aber dann kann man halt auch quasi halt so halb Wahrheit unterstellen oder Wahrheit erhoffen, manche Sachen haben gestimmt, die aus dem Nichts kamen, zum Beispiel Misslingtat oder so, Leute wurden da angekündigt und so, oder war mal getuckert oder so, war da das Erste, wo es hieß, okay, der VfB hat den geholtenen Tag oder zwei Tage später, kam es dann offiziell, hier Zitat von bla bla bla, auch wurscht, irgend so ein Insider, nach meiner Info wurde bereits vor dem KSC, Spinniko Willig als Interimstrainer, als Nachfolger diskutiert, das war natürlich erstmal hinfällig, nach dem 3-0-Sieg, inwieweit das Ganze jetzt neu ins Rollen kommt, bleibt abzuwarten, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir zum Trainer wirklich noch vor der Winterpause schmeißen, mal gucken, ich wäre kein Fan davon, einfach wegen dem Ding, dass man, ja, lieber den Trainer behält, ich habe keinen Bock da jetzt irgendwie wieder Kontinuität zu verlieren, ich wiederhole mich hier gerade doppelt und dreifach, das ist mir einfach unsagbar wichtig, aber wenn es natürlich noch weiter und immer so weiter geht, dann ist es halt einfach auch dann irgendwann nicht mehr tragbar, wenn es so viele Niederlagen hohen ist, das ist jetzt schon eigentlich eine relativ, ja, hochgradig peinliche Hinrunde, muss man einfach so sehen, auch wenn man das ein bisschen, ja, weglächeln kann, wenn man dann Hannover und Nürnberg anguckt, mit unseren Mitabsteiger, die dann absolut skandalös schlechte Hinrunden hinlegen bisher, will ich, fand ich in Ordnung in den Paar Spielen, kann es halt nie gucken, was das jetzt für eine genaue Wirkung hatte, oder es scheint sich dann mit seiner U19 zu schaffen, also wäre das auch eine interne Lösung, die ich jetzt nicht so schlimm fände, wenn sie irgendwann mal wieder zustande kommt, mal gucken, ich will jetzt erstmal nicht den Teufel herbeischwirren, wenn man das so sagen kann, bin jetzt relativ gut bei einer halben Stunde sogar gelandet, dann kann man da eigentlich relativ passend sogar das Ding beenden, ja, bedanke mich nicht fürs Zuschauen, ich will gerne mich fürs Zuhören, werde jetzt auch anfangen, dieses Preview- und Review-Ding, dann vermute ich mal auch in meinen Banner einbauen, damit das auch offiziell so ein richtiger Teil von meinem Kanal jetzt ist, und dann vermute ich das dann auch, wenn ich auch nicht dabei bin, dann in die Auswärtsspiele einbinden, also das ist quasi eine Preview-Laber vor den Auswärtsspielen, eine Review-Laber, und dann gibt es ja da meistens, außer es klappt irgendwie nicht, dann einen Livestream, Live-Reaktionen auf die Auswärtsspiele, bei denen ich nicht bin, was ja die Mehrzahl ist, von dann vermutlich Ansbach aus bei mir, genau, schreibt, wie gesagt, Feedback rein, ich lade das Ding ja auch immer noch auf YouTube hoch, lade es jetzt hier gerade schön Sonntagnacht, ja, kurz nach 0 Uhr hoch, äh, nicht hochladen, ich nehme es gerade auf, und werde es dann, ja, auf YouTube nicht, aber vielleicht heute Abend noch direkt auf Spotify hochladen, und da, beziehungsweise, gut, eigentlich macht das mehr Sinn, wenn ich das morgen früh hochlade, lade es dann morgen früh irgendwann hoch, 8, 9 oder sowas, weil ich habe da immer noch eine Twitter-Meldung raus, dass es auf Spotify jetzt hochgeladen ist, das macht glaube ich mehr Sinn als um 0 Uhr, das sieht ja dann später keine Sau mehr, um 0 Uhr, dass ja dann schon alles verdrängt wird am nächsten Morgen, das nächste Mal wieder auf Twitter reinschaltet, im Normalfall nach der Nacht, genau, bedankt fürs Hören, wie gesagt, schreibt Feedback, teilt, äh, teilt eure Meinung mit mir zum Spiel, und dann, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hoffen auf, Besserung beim Heimspiel gegen Nürnberg. Vielen Dank.